Bei Detective, sobald ihr einen Melanoucher findet, bringt euch selbst um. Okay, okay. Guckt in den Melanoucher und drückt ab. Oder wenn ihr Traitor seid, tötet euch. Mann, das ist so schade, dass man die Mundi nicht rumschießen kann. Wollardo, darf ich denn die Pistole haben? Hey, kann man doch. Jetzt hab ich so aufgehoben. Nee, du hast so aufgehoben. Wollardo, darf ich die Pistole haben? Du hast mein Spiel kaputt gemacht. Mann, oh. Ich will deine Waffe haben. Ich hab doch vorhin schon mal richtig gelegen. Na, wer? Ich hab dir gesagt, wie du das nicht. Wer war das? Und er sagt dann, ich hab richtig geraten. Außerdem ist da grad ein Schuss richtig knapp an meinem Kopf, glaube ich, vorbeigeflogen. Ja, aber egal, das Glück ist mir heute heult. Von wo? Ich hab nicht geschossen. Kann sein, dass es Herr Bergmann gewesen ist. Vielleicht will ich es mir aber auch mal ein. Wer hat eine Waffe verdient? Ich hab gerade mal zu lassen. Ja, dir schenk ich eine Waffe. Ja, danke, alter Spanner. Warte, ich muss da ne... Ja, dir. Dir schenk ich ne Waffe. Mordardo, komm. Dir schenk ich ne Waffe. Komm mal rein, Mordardo. Nimm mal. Ich schau erstmal, ob in der Kabine C4 ist. Genau, guck in jede Kabine rein. In jede. Oh, lol. Ist der da drin? Oh, lol. Hä? Was ist denn jetzt? Nee, Herr Bergmann lebt noch. Ich hab Angst, ich geh weg. Ich will kein C4. Ich will C4. Wie kommt Mordardo überhaupt auf C4? Hä, weil das ist die perfekte... Wäre ich Traitor gewesen, hätte ich da C4 platziert in der anderen Kabine. Stimmt fragt Manu, weil er selber gerade C4 gelegt hat. Ja, richtig. Tötet Manu. Ja. Gutes, gutes Indiz. Genau. Hey, Leute, warum wollt ihr denn hier alle weg? Bleibt doch alle hier. Vor allem, ich stehe ja auch die ganze Zeit rum. Ja, du, das ist voll ein Traitor-Argument. Gleich explodiert's, gleich explodiert's. Drei, zwei, eins. Wenn's explodiert, sobald's explodiert, töten wir Manu. Komm. Hä, warum denn mich? Ich find dich verdächtig. Guck mal, du mit deiner Sturmmaske. Du kannst nur böse sein. Ich hab gar keine Sturmmaske auf. Du mit deinem Gesicht. Du versuchst dein Gesicht zu verbergen. Riecht, Jake. Du bist Usaft. Na? Ach, du warst das, okay. Ich hab deinen Namen nicht mal gesehen. Nö, natürlich nicht. Hier war doch gerade einer. Ich kann nicht lesen. Ach, ich kann nicht lesen. Kann nicht lesen. Wer ist das? Ah, der Detektiv. Hallo, Detektiv. Ich geh Wasser rutschen. Also nicht rutschen, weil das ein Traitor-Test ist. Genau. Ah, wo sind die denn alle hin? Wo sind die jetzt, Tom, ey? Ich hab keine Ahnung. Oh, Bergmann ist auch immer da. Hallo. Ich guck mal nach da hinten. Geh mal zum Traitor-Raum, Leute. Hat einer ein Radar von euch? Kann der Traitor mir bitte sagen, wo die sind? Ey, was war das denn? Ist da auch keiner. Hat jemand geschossen? Irgendwas war hier gerade, so ein Laserschuss. Was war der? Ein Laserschuss, ja. Ach, da ist doch einer. Ah, jetzt bin ich an euch vorbeigelaufen. Na klar. Was ist denn da los, Sia? Was hat der denn an der Hand? Nein, der hat etwas ganz Gefährliches. Oh Gott, war doch das tot. Wer hat geschossen? Du hast ihn umgebracht. Hä? Wenn du mich schüttest, nein. Hä? Hä? Ursavt ist da drin und sagt, Mordado ist tot. Von der Wasserrutsche. Von der Wasserrutsche. Dann ist es Zombie. Dann muss es ein Zombie sein. Hä? Ich hab ganz sicher nichts zu machen. War eine MP. Ich kann es eben. Ich hab eine Shotgun. 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 Ich will eine Shotgun. Ich will eine Shotgun. Demitor, es ist es. Der hat eine MP. Okay. War Traitor. Hä? Wie? Ja, hier ist Mordado. Okay. Wie auffällig war das denn bitte? Oh, der sieht aber schön aus. Oh Gott. Oh Gott. Entschuldigung, Ruta. Okay. Ich sag mal so. Okay. Also, ich bin es nicht. Warte, ein Traitor ist tot. Detective ist tot. Ist sonst noch wer tot. Ich bin jetzt Zombie schätzen. Warum? Ich hab ja nichts gemacht. Ich roll hier gerade ein blaues Fass runter. Guck. Ich dachte, es ist ein Zombie. Du bist aber im Traitor-Ding. Hä? Ich bin über die Rutschen hochgeklettert. Achso. Ja, okay. Das ist eine mögliche. Zombie, ich bin die EP jetzt alleine. Nee, ich bin über die, Herr Bergmann. Ich seh dich auch. Ich mag Zombie. Ich töte ihn nicht. Ich mag den nicht. Eher soll er mich töten. Töte mich, Sen-Pol. Ich hatte die Rutsche hoch und warte auf, weil es ist, was explodiert unten. Ja, da ist die 4 explodiert. Und schon eine Bombe. Mensch, der einzigen. Warte mal ganz kurz. Zombie, du warst die ganze Zeit nicht da. Nee, der kann es gar nicht sein. Osoft hätte es noch sein können. Waren wir doch da hinten. Ich war nicht da. Ich war bei dir die ganze Zeit, bei Osoft. Ja, aber das heißt ja nicht. Du wolltest mich am Anfang umbringen. Ja, hä? Also das kannst du ja wohl nicht übel nehmen, wenn neben dir jemand stirbt. Dann töte ich jetzt GP. Ja, mach das. Okay, okay. GP, wo bist du? Weißt du, Osoft steht einfach neben dem toten Detective und dann wundert er sich, wenn ich den töten will. Und vor allem, ich habe ihn nicht mal angegriffen. Aber trotzdem hast du dich gewundert. Trotzdem hast du ein Gehirn und du hast dich gewundert, dass der Detective verstorben ist. Hä, warum bin ich's? Ach nee, ach ich dachte, das wären Sentries. Wo sind Sentries? Ja, weil die Wasserhunds für diese Laser. Ach so, genau. Ich dachte, da steht einer, der nicht mehr funktioniert. Nee. Herr Bergmann, lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Lebst du noch? Ja. Okay. Was war los? Ich war auf der Wasserrutsche und die Wasserrutsche hat mich eingesogen. Okay. Okay, ich sehe Bergmann und Osoft. Aber GP nicht? Mann, du lebst du noch? Der ist ja tot, oder? Wir sind doch schließlich getötet, Bergmann. Wenn überhaupt. Aber Debitur war doch ein Traitor. Ja, dann bist du auch ein. Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Zombie war die ganze Zeit da oben. Ich warte, ich warte. Ich habe ihn jetzt die ganze Zeit, ja, lass mich mal kurz analysieren. Ich bin ein alter Mann, Mensch. Ja, der war da hinten in der Ecke gerade. Dann komme ich mal hin. Der ist ein Traitor-Raum bestimmt, oder? Ja, genau. Keine Ahnung. Reicht? Wenn ich dich sehe, ich schieße dich so über den Haufen. Ja, okay, okay. Direkt am Übertreiben, der Junge. Oder Zombie, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch Zombie, vielleicht bin auch ich's. Oder irgendwer? Nein, die Zeit ist abgeh... Ich dachte, ihr werdet Paranoid. Ich dachte, ihr werdet Paranoid und denkt dann so, Osaf war's. Manu, ich habe ja gesagt, wenn C4 explodiert, ist es Manu. Ich hätte dich irgendwie sehen können, hätte ich ein bisschen mehr aufgepasst. Ich habe das nur wegen dir dahin geplantet. Wie kam es denn da hin? Über das Dach da hinten, wo die Traitor draufkommt. Da fällt da. Ah. Ja, aber ohne Kack mittlerweile kann man sagen, irgendein Traitor-Item würde benutzt. Ich muss es sein. Ja, weil du auch der Einzige bist, der die benutzt. Ja, warum nutzt der die denn nicht? Da gibt es einfach so viele Möglichkeiten. Damit immer klar ist, dass du das bist. Genau. Das ist unsere Beweisführung. Das ist ein stiller Park. Aber Bergmann, ich wollte dich hier wirklich umbringen. Ja, ich dich auch. Ich war völlig hier. Ich habe auch gar nicht auf die Zeit geachtet. Ich dachte, ich hätte noch Jahre. Rasse aus. Ja, aber das ist das erste Mal, dass wir überhaupt durch Zeit... Nein, das gab es doch schon tausend Mal. Ich habe es noch nie miterlebt. Doch, hast du. Mein erstes Mal. Hast du. Das ist immer am Schind. Auch schon zigmal. Hallo, Debitur. Ich führe von Punkten und Osaf ist das Zweite. Bordado, 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 Bordado. Komm, 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 komm. Ah, Peter ist gerade im Photoshop. Bordado? Nein, nein. Du darfst jemanden aussuchen. Oh. Wer hat sie genommen? Oh Gott. Oh Gott, Alter. Okay. Hä? Hä? Wer hat die... Okay, also er ist eh nur Peters, um gut zu wissen. Hä? Ja, halt den Kling. Hat er denn auf jeden Fall auf Peter geschossen? Ja, ja, hat er. Also es sah für mich nur so aus. Ich war mir nicht sicher. Der hat ihn gar nicht gesehen. Na, Zombie. Manu schießt doch mir. Kann man die Waffe nochmal nehmen? Ich kann dir nur ein neues, ein goldene Schicksal kaufen. Ich weiß ja, dass du Inno bist. Hä? Debitur lebt noch? Ja, gib mir das mal. Nee, das... Achso. Ich habe goldene Schicksal. Sind wir noch zu früh? Äh, ja. Ja, sind wir. Okay. Ey, ich krieg Schaden. Okay. Mann! Oh, der Bergmann guckt dir den Bergmann. Da hat da einer gerade ne Dings aufgestellt, ne Kamera? Verstehe gerade geil. Osap, hast du ne Kamera aufgestellt? Geht man durch den Taser nicht tot? Nee, nee. Wer hat denn überhaupt Schaden auf mich gemacht? Ich hab dich mit der Leiche rumgeschoben, das war ich. Warte, Osap. Oh, hinter dir. Manu, hinter dir. Hey, nur ein bisschen, bitte. Nicht umwehen. Was ist jetzt los, oder? Auch wenn du Traitor ein bisschen wehtun, bitte. Ich hab doch schon Leben verloren. Ja, eben, mir wehtun. Alter. Lol. Was machst du da, Mann? Wieso schießt ihr? Wer schießt ihr da? Wieso kann ich nicht mehr aufstehen? Peter, bist du Traitor oder nicht? Weiß ich nicht. Hä? Da ist noch einer. Scheiße. Ja, warum schießt ihr noch nicht? Zweifelig. Ich dachte, die werden alle tot. Ich bin nicht auf dich. Oh, Mann. Sorry. Oh, Mann. Okay, kein Problem. Vorbei waren alle tot. Ich dachte, hinter mir wird keiner mehr leben. Brennen. Bären, Mann, brennen. Ja. Oh. Scheiß, links revie ich nicht, Alter. Ich hab mir ein Lohnschild an. Sorry. Ganz schön frech, Alter. Weißt du das? Oh. Oh. Jawoll. Da hat er sich erschrocken. Ich hab den Traitor. Ich weiß. Ich weiß. Oh, Mann. Wir haben eine Runde ohne Waffen spielen. Ja. Nur mit Traitor-Idents. Dann haben die Traitor direkt gewonnen. Genau. Wir haben doch eine gute Map. Da gibt's keine Waffen. Ah ja, stimmt. Ey, boah. Da haben wir doch nach zwei Rungen gespielt, ne? War richtig gut. Wie tötet man sich denn? Durch Fallen? Na ja, die Traitor haben Waffen. Ach so. Ich rober. Ja, eben. Stimmt. Ich weiß, das ist aber auch eine Waffe, Mordato. Beziehungsweise kann als Waffe verwendet werden, ja? Aber es geht nicht ohne. Boah, der wurde ich gerade überfordert. Ja, genau. Ich schieße mich auf den Traitor und Peter schießt mich auf einmal einfach ab. Und ich denke so, hey, hat er jetzt den Traitor-Kollegen umgebracht und tötet mich jetzt? Aber warst du eh in den Zombie? Ja, vor allem. Er war ja richtig approved. Er hat mit dem goldenen Schicksal. Ja. Ist er nicht gestorben? Ach, stimmt. Das kam ja auch noch dazu. Er war mehr eh nur als... Mr. Traitor? Ja, keine Ahnung. Er dachte nur noch Zombie wäre da. War trotzdem ein Wichser. Ich hab mich davor trauen. Das hab ich gesehen, Herr Bergmann. Und das hab ich gesehen. Ich bin Detective. Du wolltest ihn gerade töten, ne? Nein. Manu, bitte dich, ey. Jetzt mach ich alles kaputt. Hallo. Rauch gemacht. Was hast du nicht gesehen? Maudado, schieß. Guck mal, da schießt Maudado. Okay. Warte. Bergmann hat auf Maudado geschossen. Ja, weil er auch nicht geschossen hat. Ich hab mal 82 HP. Du hast mich dabei getroffen, du Limmel. Hab ich echt? Wie redest du überhaupt mit mir? 82 HP hab ich noch. Ich hab hergesagt. Oh, oh, das... Ja, her. Ja. Aber tut mir leid, ey. Guck mal, ey. Peter... Nee, du musst dich jetzt töten. Peter will jemanden stun gunnen. Und er hat's geschafft. Jawoll. Hallo, ich hab ihn überhaupt nicht getötet. Okay, wer tötet ihn? Wer möchte ihn töten? Echt nicht. Wer ihn tötet, der ist automatisch Traitor. Oh, da schießt was. Oh, da ist ne Sentry. Oh, die wird getötet. Ja, Manu ist es. Ja, ich bin's. Zombie. Zombie hat's. Oh, ich muss weg. Hey, ich bin O-Soft. Ich bin O-Soft. Oh. Hab er denn neu gekauft? Scheiße. Also, ich will nix sagen, aber ich hab dich gerade angeballert, weil es so hell war und dein Tee nicht sichtbar war. Oh, lol. Dein Tee war nicht sichtbar. Dein Tee war nicht sichtbar? Oh Gott. Nein, ich muss doch die Waffe benutzen. Warte mal. Oh, ne. Weißt du? Diese Scheißwaffe tötet einen immer selber. Welche? Ja, die Melon-Launcher-Waffe. Gerade einmal nicht getroffen, dann denk ich mir, ach komm, noch ein zweites Mal und bis dann bin ich schon tot. Selfie. Ich mach ein Selfie. Hallo. Oh, ihr habt mal eine Kamera aufgenommen. Genau das hat einen, was ich geholt hab. Zut, 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 zut. Okay. Mach die kaputt. Ja, mach mal. Das musst du dir mal in echt vorstellen. Wär so ein bisschen krank. Bin mir aber nicht sicher. Nee. Guck mal, jetzt guckt er seine Zähne. Okay. Ja. Habt ihr gesehen, was ich gesehen hab? Nee, leider noch. Aber man hat halt dich gesehen, ne? Und die Kameraentfernung. Vorgemacht. Ja, gut. Denk dran, der Rauchen gefährdet die Gesundheit. Oh. Nee. Ja, Manu stellt einfach eine Sentry auf, mit einem Raum. Ja, ein bisschen Karo stiften. Ja, ich wollte eine Identität klauen. Ich wollte mich erst als Manu tarnen, dann dachte ich, aber nee, der ist mein Traitor-Kollege, der wird dann böse. Dann tötet er mich. Ach nee, lieber nicht. Ah, hab ich auch ein bisschen. Manu hat derzeit eine Traitor-Rate von 100%. Eigentlich können wir ihn einfach töten. Hä? Ich war schon bei, weiß ich nicht, sieben Runden oder so, dreimal Traitor. Echt? Das ist dann nicht 100%. Ich hab das Gefühl, du bist jedes Mal. Nee, nee.